Hallo und herzlich willkommen beim Handy College. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf eurer Kamera die Einstellung so vornehmt, dass die Bilder nicht auf dem Handy, sondern auf der externen SD-Karte gespeichert werden. Ich wünsche euch viel Spaß. Im Grunde ist es ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man diese Einstellung findet. Ihr müsst dafür die Kamera-App öffnen und unten links in der Kamera-App gibt es so ein Zahnrädchen. Wenn ihr da drauf drückt, dann öffnet sich ein Menü und in diesem Menü habt ihr dann hier irgendwo ein Symbol mit einer SD-Karte und da steht da auch Speicherort. Und wenn ihr da drauf drückt, dann könnt ihr in einem Pop-up-Menü, das da kommt, wählen, soll der Speicherort die SD-Karte oder soll der Speicherort das Gerät sein. Ich habe hier die SD-Karte ausgewählt und lasse das auch mal so. Und wenn ich jetzt aus dem Menü wieder rausgehe, werden alle Videos und alle Fotos nicht auf dem Gerät, sondern auf der Speicherkarte abgelegt. Ihr seht, es ist ganz einfach. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! So ihr Lieben, und nun liegt es an euch. Hat euch das Video gefallen, dann gebt mir gerne ein Like und schreibt mir einen netten Kommentar. Und wenn ihr weiterhin alles rund ums Handy erfahren wollt, dann abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!